Hallöchen und herzlich willkommen zu seiner neuen Sammelfolge von Shadow of the Tomb Raider. Wir sind heute in Kubak-Yaku. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Und hier sehen wir auf jeden Fall, dass wir noch einige Sammelobjekte haben. Hier ist zum Beispiel das erste Büchlein. Sehr geehrte Miss Ortiz, auch wenn ihr bemerkenswerter Einsatz für Kubak-Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten, sofern sie ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet Roberto La Villa, Geschäftsführer Porvenir. Ja, genau. Und ich sammle jetzt hier halt noch ein bisschen was. Und ich werde zwischendurch sicherlich mal kleine Cuts machen, wenn ich mir so lange durch die Gegend laufe oder einfach ein bisschen vorspulen. Also nur ihre Geschwindigkeit durchlaufen lassen, damit sich das hier alles nicht so erzieht. Was ist denn hier Schickes? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, ich bin immer noch ziemlich voll. Da hinten sitzt noch jemand. Gut, hier wollte ich aber eigentlich erstmal gar nicht wo. Ich glaube, ich komme ja auch wieder hoch, oder? Nein, ich möchte gerne zu diesen Dokumenten hier. Dann habe ich hier noch ein paar Zwischenfests. Die werde ich auch alle gleich mitmachen. Kann ich noch Holz sammeln? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, ich muss jetzt irgendwo nach... Oh, guck mal. Hier ist auch noch irgendwie eine Tür zu. Da könnte ich auch noch kurz reingehen. Ups, Entschuldigung. Sehr schön. So ist hier irgendwie was Schickes drin. Oh ja, guck mal. Hier ist noch ein Relikt drin. Okay. Okay. Ja, hier macht es auch irgendwie so zu. Aber ich hasse es, danach zu suchen. Das ist super nervig. Ah, ich hasse es, danach zu suchen. Das ist super nervig. Ah, warum ist denn das mal so kompliziert hier? Na gut, dann ist es jetzt halt so. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier ewig lang rumzumehren, nur weil dieses komische Teil nicht funktioniert. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dann gehen wir jetzt zum Dokument. Ich rede hier nochmal mit ihr. Hier kommen nur selten Touristen her. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Öl-Crash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Ähm, ja, genau. Ich rede jetzt, glaube ich, doch nochmal mit ein paar mehr Leuten. Wer manchmal findet, man hat ja noch ein paar Verstecke. Ihr habt übrigens mal ganz kurz ein Standbild. Übrigens habe ich Lara auch umgestylt ein bisschen. Ist umgestylt. Ich habe einfach ein anderes Outfit angezogen. Dann quatsche ich nochmal mit dem hier. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ach, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Genau das meine ich. So entdeckt man nämlich ein paar Geheimnisse. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo ich zum Dokument hin muss. Dort hinten irgendwo, okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube hier war irgendwo ein Händler. Kann ich auch nochmal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Da liegt's ja. Sorry. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Okay, und das zweite Dokument ist ja auch gleich hier in der Nähe. Ja, Mädchen, was tue ich dann? Das scheint Abys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Voll, alles, alles voll, gut. Hier sind noch Wasserpflanzen gepflückt. Okay, gut, da müsste ich vielleicht nochmal gucken. Oh, mir fehlt noch so viel Zeug, das ist wirklich großlichterweise. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal nach dort und tauche noch ein bisschen. Mit ihr könnt ich nochmal reden. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nichts. Ich weiß. Aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. So, das Gold ist irgendwo dort unten. Das ist ja noch irgendwie eine Box. Da töten wir es auch noch einer. Das hole ich mir erst mal schnell. Oh, eine Karte, sehr gut. Ey, cool, jetzt habe ich hier so Wandgemälde Zeug noch entdeckt. Sehr, sehr praktisch. Gut, dann gehe ich jetzt mal ins Wasser ab. Und dann tauchen wir mal ein bisschen. Da bin ich mal noch voll. So, wo ist jetzt das Gold? Dort hinten irgendwo. So, erstmal kann ich hier noch diese Pflanzen pflücken wahrscheinlich. Ich hoffe, wir sind keine bösen Piranhas irgendwo. Ach, dir liegt so viel Zeug rum. Der Ton ist nochmal kurz auf. Irgendwo hier unten. Aber ganz schön weit unten. Hier bin ich immer noch voll. Ist das jetzt das Gold? Ähm, wir schauen mal... Ne, war es... Ah doch, ich glaube, das war's. Oder? Ich weiß es nicht. Sieht aber so aus. Da hinten war noch irgendwas versperrt, damit die nochmal gerne hintauschen. Aber eigentlich habe ich es doch jetzt abgeerntet, oder etwa nicht? Komisch. Doch, ich glaube, das war das Zeug. Ich glaube, das ist nur immer auf der Karte bezeichnet, weil es irgendwie... Kannst du mal durchkommen. Da drüben ist ein Wandgemälde. Da ist noch ein Relikt oder sowas. Wir tauchen dann nur nochmal kurz zwischendurch ein bisschen auf. Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht. Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden. Je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Okay. Ich guck nochmal ganz kurz auf der Karte. Also er hat auf jeden Fall gerade noch irgendwie ein Relikt, glaube ich, geleuchtet. Irgendwie eine kleine Schottkolle. Ne, ist nur so eine Lootbox. Okay. Ist hier sonst noch irgendwo etwas, was ich noch ernten könnte, mitnehmen könnte, was irgendwie wichtig ist? Und hier ist ziemlich viel von dem Zeug, aber das habe ich halt alles teilweise schon. Und jetzt auch voll. Okay, Lara, wir gehen erstmal nach oben. Aber hier ist noch so eine kleine Box. Oh, jetzt ist es anscheinend schon weg. Naja, egal. Gut, dann bin ich jetzt hier erstmal fertig, dann möchte ich aber jetzt gerne hier hingehen. Wenn wir den Monolithen anschauen. Was ist noch dort? Ist das das Ding? Ja, das ist das Ding. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole Tiefluft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Okay, da müssen wir wohl tauchen. Hier war jetzt aber gerade noch irgendwo so ein kleines Relikt-Dings. Nein, ich möchte noch hier. Ich möchte noch dort. Gut, dann hätten wir jetzt noch das gefunden. Unter der Nase eines anderen. Das soll ja irgendwo hier sein angeblich, glaube ich, auf jeden Fall. Oder dort halt. Ja, wir schauen mal nach. Aber hier weiter geht es ja nicht. Hier ist er dann dicht. Also müssen wir vielleicht doch erst dort hinten ins Wasser. Ah ne, hier geht es durch. Okay. Jetzt sind wir hier. Hier drüben ist auch noch so ein Wandgemälde. Und ich frage, wie kriege ich dieses Ding da drauf. Ach, das hier ist eine Krypta. Okay, cool. Okay, oder mit Explosionsfallen. Wieso fliegt das nicht in die Luft? Ähm. Wieso fliegt das nicht in die Luft? Ähm. Andere Frage, wo kann ich dieses Ding... Ah, da oben. Schauen wir uns erstmal das an. Ich hab keine Ahnung, wie ich da durchgucke. Es bringt auf jeden Fall die ganze Zeit etwas. Damit komm ich ja wirklich nicht durch. Ja, die Frage ist, was fehlt mir jetzt denn dafür? Und generell, wie komme ich hier weiter? Ich kann nicht erst mal so ein bisschen hier am Strand langlaufen. Oder besser gesagt. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dann samm ich halt erst mal hier so mein Stuff ein. Ist ja dann auch im Endeffekt egal. Was wir hier zuerst machen. Ich denke, ich muss in dem Gebiet eh eine zweite Folge noch machen, weil hier wirklich relativ viel los ist. Hier ist tatsächlich auch noch ein Grab. Äh, ein Lagerfeuer, was ich wahrscheinlich noch nicht hatte. Ich habe noch einen Fähigkeitenpunkt verfügbar. Hm, genau. Jetzt habe ich vier von fünf wenigstens. Hier sollte ja eigentlich dieses komische Teil noch irgendwo sein. Ich weiß halt noch nicht, wo genau. Hier ist jetzt eine Krypta. Die habe ich jetzt auch gut. Dann lasse ich das erst mal so sein, wie es ist. Und gehe vielleicht doch erst einmal weiter. Gut, jetzt bin ich hier. Ich weiß, dass hier, glaube ich, noch irgendwo im Grab war. Könnten wir uns rein theoretisch auch mal angucken. So, jetzt bin ich hier. Ich kann ja mal gucken, was die hier von mir wollten. Dieser Missionsgeber. Dann könnte ich ja das rein theoretisch jetzt noch machen. Ich liebe alte Karten. Als ich klein war, haben sie immer zu schätzen geführt. Ich fühle mich dann immer noch verlorener. Ich heiße übrigens Lara. Hm. Pilar. Du siehst nicht aus wie die Touristen, die sonst kommen. Ich bin Archäologin. Ja. Das wäre wohl passender. Du solltest mit Abigail reden. Sie kennt die Geschichte dieses Ortes besser als alle anderen. Wir kennen uns schon. Abby hat einen Freund und mich bei unserem Besuch bei sich wohnen lassen. Ah. Nun, dann bist du ein willkommener Gast in Kuwak-Yaku. Danke. Brauchst du Hilfe, um die Karte zu lesen? Ich sollte das alles gar nicht verstehen. Ich habe die Wahrheit versteckt. Das wird Abigail sehen. Um sie zu finden, muss sie in der Zeit zurückreisen. Mariana war nie eine große Dichterin. Mariana? Abigails Großmutter. Sie starb an Krebs. Genau heute vor einem Jahr. Tut mir leid, das zu hören. Mariana wollte, dass Abigail die Karte an ihrem Todestag erhält. Aber... Du bist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Es geht mich nichts an, aber wenn es hilft, Mariana hat es geglaubt. Du hast recht. Es war wohl nie meine Entscheidung. Oder? Würdest du die Karte zu Abigail bringen? Es ist harte Arbeit, das Mädchen zu verfolgen. Und meine Hüften schaffen das nicht mehr. Aber natürlich. Abby, hier Lara. Hallo Fremde. Wie läuft's denn so? Wie geht's Jonah? Dem geht's gut. Er ist bei einem Freund. Einem Freund? Aha. Wie heißt sie denn? Er heißt Uchu. Hör zu, Abby. Ich bin wieder in Kuwak-Yaku und bin auf eine alte Karte gestoßen, die deiner Großmutter gehörte. Ähm, im Dorf wohnt ein alter Mann. Diego. Er pflegt den Gemeinschaftsgarten. Er kennt sich mit Karten aus. Vielleicht kann er mal draufschauen. Treffen wir uns dort? Ich bin unterwegs. Okay, gut. Kann nicht sein, dass das vielleicht schon wieder so eine Art DLC hier ist. Aber egal. Da das hier ein Kuckuckacker ist und ich das hier noch nicht aussprechen kann, würde ich sagen, gehen wir einfach direkt dorthin. Ich rede dann mal kurz über die hier. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse. Wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Laden könnt ihr euch rein durch auch noch kurz machen. Wartet mal ganz kurz. Dann gehe ich erstmal kurz in den Laden. Und gehe dann hier hin zurück. Und dann könnten wir nächstes Mal hier eindeutig noch um einiges weitermachen. Das hier ist nicht der Laden, aber hier ist noch ein Dokument. Deswegen nehme ich das. Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex, WQI, der Flussgebiete nahe dem Dorf Kubak-Yaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübung als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet. Und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Oh, der ist ja wirklich nicht so gut. So, der Markt ist noch hier ein bisschen weiter oben. Ich bin jetzt genau dort woanders hingerannt. Na gucken, vielleicht hat der Händler ja noch irgendwas Interessantes oder ich kann ihn irgendwas Cooles verkaufen. Naja, ein paar Waffen. Was ist das? Pistolenschalldämpfer. Nicht schlecht. Und okay, ich hab leider gar nicht mehr so viel Geld. Kann ich denn irgendwas verkaufen? Ähm, ja, dann verkaufe ich das halt alles erst einmal. Wird ja empfohlen für das Handeln mit Händlern. Ansonsten ist ein Großteil auch wirklich noch reintritt, das könnt ihr auch ein bisschen Bergungsgut verkaufen. Ich bin eh immer voll. Dann verkaufe ich mal, naja, 15 Stück. Ausgezeichnete Wahl. Mal würde ich sagen, kaufe ich mir jetzt halt einfach diesen Pistolenschalldämpfer. Ja, so, wenn du wieder handeln willst. Ich bin hier. Schaden würzen wir wahrscheinlich nicht. Und dann gehe ich jetzt wieder kurz runter, quatsche nochmal kurz an und dann würde ich sagen, wenn ich aber auch die Folge für heute. Und dann machen wir dann einfach beim nächsten Mal weiter. Kann ich helfen? Ich bin eine Freundin von Abby. Ich sollte sie hier treffen. Wir haben eine Karte. Kannst du sie dir ansehen? Oh, zeig mal her. Hm, eine schöne Arbeit. Gute Details. Freut mich, dass sie so gut erhalten ist. Du kennst sie also? In meinem Oberstübchen herrscht zwar Unordnung, aber meine Arbeit vergesse ich nie. Abbys Großmutter hat mich gebeten, sie zu zeichnen. Ich glaube, sie sollte eine Art Geschenk für Abby sein. Hier sind Flecken. Drei Stück. Siehst du sie? Hm, die sind nicht von mir. Riecht wie Zitrone, oder? Zitrone? Zitronensaft kann als Tinte benutzt werden, um... Auf der Karte könnte eine wärmeempfindliche Nachricht versteckt sein. Darf ich deine Feuerschale benutzen? Klar. Nur zu. Also, wie funktioniert das? Zitronensaft ist organisch. Er oxidiert und wird braun, wenn man ihn erhitzt. Und dann erscheint die Geheimnachricht. Es ist viele Jahre her. Meinst du, das klappt noch? Sobald Abby hier ist, werden wir es rausfinden. Was rausfinden? Wenn man vom Teufel spricht. Ich bin ein Engel, Diego. Das weißt du doch. Als Kind warst du keiner. Abby, Diego sagt, deine Großmutter hat ihn gebeten, die Karte für dich zu machen. Als Geschenk. Wozu bräuchte ich eine Karte des Dorfes? Ich kenne hier doch alles. Da ist noch mehr. Deine Großmutter hat auf dem Papier was versteckt. Hier. Das man kaum sieht. Ich glaube, es ist eine Geheimnachricht. In unsichtbarer Tinte. Unsichtbare Tinte. Wirklich? Naja, es ist nur Zitronensaft, aber... Aber es funktioniert. Wie lautet das Geheimnis? Keine Ahnung. Darf ich? Sehen wir es uns an. Sieh mal. Diese Symbole. Drei X? X ist das Ziel. Hübsch, Oma. Sind diese Punkte weit entfernt? Nein. Trennen wir uns? Klar. Ich nehme die beiden hier. Danke. Okay. Abbys Großmutter Mariana hat Zitronensaft als unsichtbare Tinte benutzt, um drei kleine X zu verbergen. Wie auf einer klassischen Schatzkarte. Okay. Was ist denn hier? Irgendwo hier oben? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber, ja gut. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und hier muss ich dann noch ein für das andere Denk. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hab bis dann eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, um es dann. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal, um es dann mal wieder. Bis zum nächsten Mal, um es dann mal wieder. Bis zum nächsten Mal, um es dann mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.